hallo und willkommen zurück zur glaube schon zwölften folge von let's play alien isolation wir sollen aufzug zum gemini exoplanet solutions nehmen die frage ist wo ist dieser aufzug ich meine wir haben letzte folge schon geschaut aber da war kein aufzug naja kriegst du mal deine lüftung schaft um ich muss durch diese feuerdinger genau musste hier durch okay ist alles kaputt ist hier irgendwo ein aufzug da ist die tür die führt anscheinend hier hin da sind auch oder ist der marka nicht stockwerk weg sind er also ist ein stockwerk weiter oben komme ich den einen stockwerk weiter hoch bitte warte mal da ist die lobby wir wissen nach der ok da war ein aufzug dann muss ich hier eine treppe hoch ok 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 da hinten soll er sein steht einfach und sind steht auch gut haben wir noch was wir haben noch bisschen flammenwerfer moni ganz klein bisschen nur da hat er mich einfach ab so ungefähr Ich hätte glaube ich nicht rennen sollen. Oh Mann, ey. Gemein. Könnt ihr da jetzt rein? Nö. Echt. Das ist frustrierend, glaubt mir. So, wir gehen jetzt hoch. Jetzt müssen wir in Geräuschmacher locken, das ist er ja hin. Leuchtfackel. Wir müssen ihn halt ganz schnell wegputzeln, dann schießt er auch nicht. Ja, der sieht aber irgendwie aus wie ein Android, ey. Naja, hier ist keiner. Ich schleife mich nur zu dir rein, nehme den Pfadstuhl und dann bye bye. Ich bin in Gemini, Witz. Die gesamte Einrichtung muss mit Strom versorgt werden. Es gibt einen Lastenaufzug, den Sie nehmen müssen. Aber er ist nicht mehr in Betrieb, seit Six und Gemini die Gelder gestrichen hat. Mhm. Stellen Sie in Zukunft zum Vertrieb wieder her. Okay. Speichern wir hier nochmal. Warte mal, war mir hier sowas in der Art schon nicht mal? Doch, oder? Towerlink, alles zu. Okay. Moinse. Sie sehen ganz schön mitgenommen aus. Joa, kann man sagen, ne? Schöne Aussicht hier. Warte mal. Wir müssen da rein. Oh shit. Suchen Sie das Bedienterminal, das Sie für den synthetischen Wärter dagelassen haben. Es ist im Lagerraum direkt vor Ihnen. Und tun Sie es leise. Hm, Lagerraum. Der ist zu. Nett. Geil, das aufschneiden. Verbesserung, ey. Oh ja, das ist die Fiktion, ja. Puh. Okay, wir können nur hier links rein. Oh shit. Jetzt habe ich hier so die Befürchtung, dass es hier ganz mies enden wird. Sixen versucht seit Jahren die gesamte Ausstattung zusammen mit Zermastopol zu verkaufen. Das jetzt heute ist niemand, aber das bedeutet, dass die Sicherheitsvorkehrungen noch intakt sind. Okay, genug Rede jetzt, Waits. Okay, Ende ist weit genug weg. Wohin muss ich denn? Oh fuck. Die Kamera ist jetzt ehrlich, aber nicht kurz. Ja moin. Ich möchte mal wegfruzeln. Ich habe es doch angefeuert mit Feuer, what the fuck? Alter, hä? So eine, so eine Frechheit. Weißt du, tue ich die hier, äh, Feuer ins Maul schießen? Und da denkt sich so, ne, jub mich nicht, ich töte dich jetzt. Echt, ey, der kann was erleben gleich. Siegsen versucht seit Jahren die gesamte Ausstattung zusammen mit Zermastopol zu verkaufen. Bis jetzt wollte es niemand, aber das bedeutet, dass die Sicherheitsvorkehrungen noch intakt sind. Okay, genug Rede jetzt, Waits. Okay, wir müssen da hin. Sprich, die Kamera darf uns nicht sehen. Schwenk rüber. Einmal rüber schwenken, bitte. Einmal rüber. Genau. Du siehst uns nicht. Hier schaut mal ganz kurz die Kamera aus. Augenblick mal kurz, Leute. Wir pausieren mal ganz kurz das Video. So, weiter geht's. Ähm, genau. Dings ist aus. Äh, komm hier durch. So. Anscheinend müssen wir da rein. Moin. Ähm. Wir haben das instabile System an, ne? Warte mal, wo ist das? Kann man was hier? Ja. Ist das jetzt ein stabiler System? Ne, ne? Hier irgendwas? Hm. Hm. Das ist mehr... Hä, warte mal, wo soll das denn sein? Im I... Oh, hier. Kann ich da rein? Ne. What the fuck? Strom wiederherrschen. Ja, ihr seid ja lustig. Ihr seid das instabile System. Hier irgendwo. Hä? Wo sind das? Hm. Also, wir kommen ja irgendwie nicht weiter. Da kurz vor dem Ausgang, sagt er. Hier irgendwas. Irgendwas hier. Ah, hier ist nix. Strom wiederherstellen. Hier muss ich das Alien herlocken oder so? Oh. Ah. Ah. Okay, da sieht er mich so. Aber egal. Hoff ich, kommt das Alien zu von hinten. Dacht ich mir. Okay. Gut. Die Androiden brutzeln ich mal ganz kurz weg. Na jetzt Muni, es sei denn du bist jetzt böse. Ein Problem weniger. LOL! Wo kommt der denn her? Das ist der Tag der tausend Tode hier. Okay, ich kann ihn nicht so einfach erledigen. Das ist natürlich unangenehm. Gott, der ist einfach angerannt, ey. Der Synthet, der tut mir noch nix. Der Synthet hat versucht seit Jahren die gesamte Ausstattung. Sobald ich hier den Computer wahrscheinlich bedient habe. Aber wenn ich die Töte, kommt der angerannt. Und ich kann mich da nix so verstecken. Es sei denn, es sei denn, ich schaffe es, bevor ich den getötet habe, hier raus und unter den Tisch zu gehen. Dann geht das Alien natürlich weg. Aber erstmal kommt das Alien, wenn ich den Passmaschneider da benutze. Es ist halt weg. So. Das Versteigervergessung Nummer 2. Aufschneiden, verstecken. Und die kommt ja auch erst, wenn das vorbei ist, hiermit schneiden. Da steht er direkt dahinter. Das ist jetzt hier der Tür. Also ungefähr so. Ich töte dir den anderen kurz und dann verstecke ich mich. Na ja, Android. Kommst du noch mal wieder raus? Es tut mir leid, aber dabei kann ich dir nicht helfen. Du kannst mir auch nicht helfen. Hoa. Das war gesenkt. Ihre Anwesenheit wurde aufgezeichnet. Ja, dankeschön. Kannst du mal hier hinten hinkommen? Ich muss nämlich ganz schnell unter den Tisch kriechen. Der ist russch. da ist es eben hier ist keiner keiner da kannst du euch wieder gehen geh einfach weg einfach in den lüftungsschacht da ist doch sehr bequem aus oder nicht findest du nicht einfach in den lüftungsschacht hier mit schwingen das alien So, wir warten mal ein bisschen näher, aber dann kommen wir an die Flamme, wir fahren Das ist scheiße Es läuft hinten rum Aha Das war schnell. Wo finde ich die Leistungsschalter, Wade? Da ist einer in den Analyselaboren. Der andere ist im Dekontaminierungsraum. Ein bisschen mehr, um hier loszuwerden. So, ein funktionierendes Schubs sollte reichen. Warte mal. Okay, wir sind gleich da. Wir speichern erst. Du schaffst das schon. Ja, hoffentlich. Ich speichere erst nochmal. Ja, gut. Oh, shit. Ich stelle mal ganz kurz die Kamera aus. Kann kein Problem für uns werden. So, vielen Dank. Speichern. Komm her. Puh. Puh. So, jetzt ist das nochmal noch ein bisschen, ja. Komm, machen wir noch was, oder? Komm, wir holen uns jetzt eben hier die Sachen, die Schalter. Mit sterben ist egal. Überall so weh. Wir müssen jetzt überleben. Kann ich überleben? Könnte ich rein theoretisch rein? Da muss ich rein. Oh, das ist hier, wo der denn das erste Mal in die Dinger reinguckt. Gut, dass ich das geübt hab. Gut, dass ich das geübt hab. Ich dachte, der kam ja hier schon. Aber gut, zur Not, falls der wirklich hinkommen sollte. Habe ich ja Flammenwerfer. Alle Kameras aus, bitte. Na ja. Jetzt muss ich hier rein, ne? Okay. Gut. Wir müssen da gerade aus, weiter. Hallo. Wir können uns jederzeit hier rausholen. Einfach rauspicken. Da muss ich raus, ne? Ja. Aber erst gucken wir. Ein bisschen Flammenwerfer. Oh. Ja. Flammenwerfer will. Profi. Wir haben Profi. Oh shit. Oh shit. Und speichern. Oh, hier waren wir doch schon mal. Und so noch, da erinnere ich mich. Ja doch, sowas ehrliches hatten wir doch schon mal. Hm. Komm, alte, bekannte Sachen wieder hier vor. Aber na ja. Hi. Moinze. Ähm. Komm mir nicht näher. Nee. Ja, ja. Und die Kamera stehen geblieben. Auch gut. Cool. Das war eigentlich keine Ahnung. Oh shit. Jetzt kommt der nochmal. Wo ist der Schal... Kann man wissen? Wie man mir sagt er. Gut. Ist klar. Moin. Okay. Ja, verpiss dich mal. Guckt der mich an. Heute sterben wir nicht nochmal. So. Ganz schnell Karte. Da kommt der hinten mal runter. Also wird es. Und die Tür hätten wir besser machen können. Oh, Alter. Ich glaube, der hat uns schon gesehen gehabt. Okay, das müssen wir initialisieren. Und wo das Alien da oben rumläuft, auch cool. Verstecken können wir uns hier nicht. Äh, das wird so eine Sache sein jetzt. Fuck, das ist laut. Okay, 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 alles gut. Alles gut. Ist noch da hinten. Hm. Oh, läuft das Klank? Ich sehe es nicht. Okay, okay, okay. Es geht wieder in den Lüftungsschacht. Huuu, alter ist das hier. Junge. Komm, dich nochmal runter, bitte. Vielen Dank. Wartungsschachtauftrag in Sektor 12 erhalten und bestätigt. Ein Wartungsalloy ist unter links. Warte mal, sollte ich den überhaupt auswählen? Dies ist eine von Siegsen unterstützte Einrichtung. Ja. Aktivier mal, bitte. Dankeschön. Gibt es hier irgendwo einen Schrank oder so? Ja, mach mal. Ich spreche einfach nochmal. Mensch, Roboter, kriegst du es jetzt hin oder nicht? Dankeschön. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas funktioniert hier nicht. Oh. Mama, ich gehe mal ganz schnell zurück. Nein, haben sie nicht. What? Ich weiß nicht, ich habe sogar eh gedrückt. Loy. Alles klar. Wollen Sie sich über Sie, was Sie als Sicherheitsvorschriften erfahren? Nee, danke. Das war's. Das war's. Aufzug ist online replay. Ich habe sie. Sind unterwegs Richtung dem sogenannten Projekt KG 348. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie angekommen sind. Können wir sprechen? Nee. Oh je, jetzt soll ich hier ganz wirklich dazu laufen. Aber. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich versuche jetzt auch zu speichern. Solange zu überleben, bis ich speichern kann. Und dann werden wir in der nächsten Folge. Keine Ahnung, wann die kommt. Auf jeden Fall kommen wir jetzt eine Zeit lang keine Videos mehr, vielleicht außer am Wochenende. Dann soll ich zum Aufzug gehen. Und ja, bis dahin. Macht's gut. Und ciao. Euer RedGamer. Ich freue mich. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.